Ich habe ihn echt lieben gelernt. Metabos ASA 30 MPC. Was mich auf jeden Fall ein bisschen nervt. Wir haben hier keine Regulierung der Saugkraft. Das heißt, wenn wir einen Schleifer wie diesen hier zum Beispiel anschließen, ballert der Sauger richtig hinter, saugt sich mit dem Schleifer einfach fest. Aber da gibt es eine Lösung. Wir haben bei jedem Absockeradapter einen Bypass mit dabei, worüber wir die Saugleistung direkt am Gerät einstellen können. Und das finde ich wiederum ganz geil. Perfekt aufs Gerät eingestellt. Und ganz ehrlich, die Einstellung brauchen wir auf jeden Fall, weil dieser kleine feine Sauger macht einfach mal 4200 Liter pro Minute. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Mit diesen 4200 Liter pro Minute konnte ich meine alte Absauggarnitur jetzt ablösen zu einer neuen. Das ist ein kleiner Unterschied. Ich dachte auch erst, ja viel zu groß, bringt gar nichts von der Saugleistung. Aber es ist richtig geil. Viel größer, viel mehr Saugleistung. Geil. Selbst bei diesem kleinen kompakten Sauger hat der Hersteller es hingekriegt, alle Absaugadapter im Sauger zu platzieren. Ich habe die Klappe erst gar nicht gesehen. So gut war die versteckt. Und ganz ehrlich, der Sauger kostet 300 Euro. Das ist die Hälfte vom aktuellen Sauger. Natürlich kann man nicht erwarten, dass wir eine Autoclean-Funktion haben. Aber wir haben eine Press-Clean-Funktion. Nice. Ciao.